Nun kommen wir in den Wald und es wird dunkler um uns. Wir Kinder halten uns näher beim Vater und fangen an zu lauschen, ob wir schon die Brandung der See hören. Aber Vater sagt uns, es wird heute keine Brandung geben, es ist kaum Wind gewesen am Tage. Und trotzdem hoffen wir und lauschen wir weiter. Allmählich wird der hochstämmige Kiefernwald niedriger, er flacht sich gegen die See ab wie ein ungeheures schräges Dach. Die Bäume sind alle landeinwärts gewachsen, immer niedriger werden sie, immer verkrüppelter. Hell schimmert es schon vor uns durch sie hindurch. Nun fangen wir doch wieder an zu laufen, jedes will zuerst die See sehen. Die Kiefern haben aufgehört, wir laufen nun mühsam im Dünensand berg an. Der Strandhafer raschelt, ein kühler Atem bläst uns sanft an. Und dann stehe ich wieder oben auf der Düne und wie jedes Jahr, wenn wir an der See sind, überfällt mich das altvertraute und doch immer wieder bestürzende Gefühl der ungeheuren Weite, die sich mir auftut. Zuerst sehe und fühle ich nichts anderes als dies, wie groß das ist, wie es immer weiter geht, auch dort, wo Horizont und Wasser ineinander verlaufen. Mein kleines jungen Herz pocht aufgeregt. Hier stehe ich ja und ich sehe dies. Es ist doch für mich da und ich gehöre dazu, fühle ich. Ohne mich wäre es nicht so da, wie es jetzt ist. Es ist ein Ewigkeitsgefühl, ein Unvergänglichkeitsahnen, das mich überkommen hat. Ich könnte es nicht mit Worten beschreiben, aber ich fühle es. Ich bin ein kleiner, kränklicher, von vielen missgeschicken, verfolgter Junge, aber hier stehe ich nun auf der Dünenkuppe wie die Gesündesten und ich fühle dies. Jedes Jahr überkommt mich zwei-, dreimal angesichts der See dieses Gefühl, dass ich da bin und dass ich da sein muss, dass die Welt nicht ohne mich da wäre. Es ist ein dunkles, stolzes Gefühl, das doch demütig macht. Wenn ich jetzt hinunterlaufe von der Düne, wenn ich die kleinen Plätscherwellen sehe, die auf den flachen Sandstrand laufen, wenn ich die Muscheln suche oder die kleinen, frisch gespülten, gelblichen Kiesel, die beinahe Bernstein sein könnten, dann wird auch dieses Gefühl vergessen sein. Wenn ich die Nähe der See anschaue, vergesse ich ihre Weite über den tausend Einzelheiten. Aber ich hatte es, und ich habe es noch. Und nun kommt Vater. Er nimmt mich bei der Hand und führt mich hinunter zu meinen drei Geschwistern, die längst vorausgelaufen sind, und während des Gehens sagt er leise zu mir, »Ist das schön, Hans?« »Es ist so groß,«, »Vater«, antworte ich. »Ja, es ist groß,« bestätigt Vater, »sehr groß. Wenn du wieder in Berlin bist, vergiss nicht, dass es etwas so Großes gibt. Es gibt viel Großes, Hans, für den Menschen, der es nur fühlen kann, nicht nur an der See oder in den Bergen, auch in den Büchern und in der Musik, in Bildern und Plastik, aber besonders im Menschen.« Untertitelung des ZDF, 2020